Herzlich willkommen bei Arnhold Fenster und Haustüren. Mein Name ist Stefan Arnhold. Mit Stolz darf ich Ihnen sagen, dass ich als geschäftsführender Gesellschafter unser Familienunternehmen in nunmehr dritter Generation weiterführe. Ich freue mich über Ihr Interesse an unseren Produkten und Dienstleistungen und gebe Ihnen gern einen Einblick in das, was wir tun und für Sie realisieren können. Folgen Sie mir bei einem virtuellen Rundgang durch unsere Produktion und lassen Sie sich davon überraschen, wie wir arbeiten. Sie werden verstehen, warum ein Fenster nicht gleich ein Fenster ist. Auf das Vorlegemagazin werden die 6,5 Meter langen Profile, die bei uns eine Mindestbautiefe von 82 Millimetern für höchsten Wärmeschutz besitzen, aufgelegt. Anschließend werden diese Profile auf Maßhaltigkeit automatisch geprüft und im CNC-gesteuerten Kunststoffbearbeitungszentrum mit sämtlichen Fräsungen und Bohrungen versehen. Danach werden die Profilstücke auf ihr fertiges Maß zugeschnitten und alle erforderlichen Dichtungs- und Konturfräsungen abgeschlossen. Parallel zur Profilbearbeitung wird auf der zweiten Linie des Bearbeitungszentrums ein für jedes Profilstück passgenauer Stahl zugeschnitten und auf dem Querförderer in das Fensterprofil eingeschoben. Anschließend werden die Stahlverstärkungen sicher mit dem Profil verschraubt und die Verriegelungsbauteile des Fensters bereits am losen Stab automatisch eingesetzt. Hierbei greift unser Qualitätsprinzip. Wir verwenden ausschließlich Sicherheitsschließteile, die in der Stahlarmierung des Fensterprofils verschraubt werden. Die vier jeweils zu einem Fensterflügel oder Fensterrahmen gehörenden Profilteile werden in die Schweißmaschine eingelegt und anschließend exakt positioniert. Danach erwärmt ein genau 250 Grad heißer Schweißspiegel die Schnittflächen der Profile, die im Anschluss daran kraftschlüssig verpresst werden. Nach dem Schweißvorgang wird das Fensterelement vollautomatisch in den Schweißraupenverputzautomat transportiert. Durch das Verpressen des Fensters entsteht ober- und unterhalb der Schweißflächen eine Schweißraupe. Diese Schweißraupe wird durch die vollautomatischen Bohrer, Scheibenfräser und Konturscheiben des Verputzautomaten sauber entfernt und eine einwandfreie Oberfläche hergestellt. Trotz maximal möglicher Automatisation ist es undenkbar auf den Faktor Mensch zu verzichten. Die Kontrolle der verputzten Elemente sowie deren Nachbearbeitung ist nur mit dem geschulten Auge langjähriger Mitarbeiter denkbar. An der Flügelanschlagstation werden die Sicherheitsbauteile in den Fensterflügel, also den sich öffnenden Teil des Fensters, eingeklipst. Dazu scannt der Mitarbeiter den Barcode, der sich auf jedem Fensterflügel befindet. Der an seinem Arbeitsplatz befindliche Rechner zeigt ihm an, welche Sicherheitsbauteile in Abhängigkeit der gewünschten Sicherheitsstufe in den Fensterflügel eingelegt werden sollen. Anschließend werden die Sicherheitsbauteile vollautomatisch verschraubt und der Fensterflügel im Zwischenpuffer abgestapelt. Im Nachgang zur Montage der Sicherheitsbauteile wird der Fensterflügel in den Rahmen eingehängt, verglast und das Glas mit Glashalteleisten gesichert. Hier können wir angefangen von zwei oder drei Scheiben Energiesparverglasungen, Sicherheits-, Schallschutz-, Sichtschutz- und Sonnenschutzverglasungen sowie Kombinationen aus vorgenannten Gläsern realisieren und in ihre Fenster einsetzen. Neben Fenstern und Haustüren fertigen wir alle denkbaren Varianten an Rollladenaufsatzkästen für den Neubau und die Renovierung. Für alle Bausituationen haben wir für Sie das passende Produkt. Die Verladung und Lieferung unserer Fenster und Haustüren erfolgt entweder mit Kleintransportern und Anhängern oder per Lkw mit Heckladekran. Grundsätzlich aber auf Transportgestellen, die ein problemloses Be- und Entladen ermöglichen. Sie haben uns auf dem Weg vom losen Profilstab zum fertigen Fenster durch unsere Produktion begleitet. Wir freuen uns, Sie in einem unserer Showräume entweder an unserem Stammsitz in Dortmund-Derne oder direkt an der B1 begrüßen zu dürfen. Finden Sie mit unseren erfahrenen Kundenberatern das optimale Produkt für Ihr Bauvorhaben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017